Hans Frohe kommt mit einer neuen Armaturenlinie Logis. Logis ist nicht nur eine Armaturenlinie, sondern auch eine neue Preisklasse. Wir sind hier im Einstiegssegment, aber auch hier bekommen sie für günstiges Geld ausgezeichnete Design. Die Linie ist komplett mit allen Installationsvarianten. Auch die Comfortzone wird in Logis berücksichtigt und wir reden hier von einem sehr, sehr offenen, sehr wohnlichen Design, klare Flächen, eine schöne Schulterlinie und ein sehr offener Griff. Insgesamt Logis eine schöne Armaturenlinie. An dieser Stelle möchte ich Ihnen unsere neue Kompaktwärmepumpe vorstellen, Sensotherm BLW Serie B. Wir haben eine komplette Neuentwicklung hier durchgeführt. Es ist ein Gerät, was vor allen Dingen sich dadurch auszeichnet, dass es einen hohen COP hat und auch sehr leise in Betrieb ist. Also sehr geringe Schallemissionen. Das waren die beiden Punkte, auf die es uns hier besonders ankam. Sie wird in den Leistungsgrößen zwischen 8 und 15 kW angeboten, also ideal für das Einfamilienhaus und hat auch eine maximale Vorlauftemperatur von 65 Grad Celsius. Man kann dieses Gerät sowohl innen als auch außen aufstellen. Außenaufstellung ist das so, wie Sie das hier sehen, natürlich nicht mit dem Plexiglas, sondern letztendlich dann mit der gleichen Verkleidung wie hier, das möglichst im Garten wenig auffällt. Für die Innenaufstellung kommt dann entsprechendes Zubehör mit einer Verrohrung für den Anschluss dann, dass es die Luft von außen anziehen kann. Hier zeigen wir unsere zwei Designduschen, einmal Limit S95 sowie Slot S in Funktion. Man kann hier genau sehen, wie das Wasser geführt zum Ablauf gelangt. Mit unserem bodenebenen Duschsystem kann man die Gestaltungswünsche der Kunden aufnehmen, indem man Form und Größe selbst gestalten kann. Wir haben auch einen Fliesenbelag gewählt, eine großflächige Fliese, um den puristischen Trend aufzunehmen. Somit ist gewährleistet, dass der Kunde seinen Wunsch zu 100 Prozent umsetzen kann. Unsere Limit S kann sowie im Neubau als auch in der Sanierung eingesetzt werden. Durch die flache Aufbauhöhe von nur 9,5 Zentimeter ist sie besonders für die Sanierung geeignet. Bei einem dienkonformen Ablauf hat sie nur eine Aufbauhöhe von 9,5 Zentimeter, bei einer Entwässerungsleistung von 54 Liter. Bei unserer Limit S haben wir drei Rostvarianten. Einmal eine verfließbare Variante oder eine komplette Edelstahlvariante sowie eine gelochte Edelstahlvariante. Die Roste gibt es in drei verschiedenen Größen, 77 Zentimeter sowie 87 und 1,7 Meter. Somit kann man die Größe frei gestalten.